Guten Morgen und herzlich willkommen im Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestages. Vor letzten Freitag war es, da trafen sich die Haushälter der Fraktionen zur sogenannten Schlussrunde zur Bereinigungssitzung. Gut 14 Stunden hat es gedauert und die deutsche Presseagentur meldete danach, es sei unspektakulär gewesen und mit einem vorhersehbaren Ausgang. Nichtsdestotrotz wird das, was da beschlossen wurde, von manchen als historisch bezeichnet. Denn zum ersten Mal seit gut 45 Jahren gibt es keine neuen Schulden im Bundeshaushalt. Die sogenannte schwarze Null ist da, zumindest auf dem Papier. Denn abgerechnet wird bekanntlich erst in einem Jahr und dann wird man wissen, ob es gelungen ist, einen Bundeshaushalt zu halten, ohne neue Schulden einzurichten. Jetzt sind die Gesamtausgaben bei 299,1 Milliarden Euro. Das runden wir mal locker auf und sagen, es geht um 300 Ausgaben, Milliarden, aber diese 300 Milliarden müssen auch wieder reinkommen. Und da fragen wir uns, welche Chancen, welche Risiken birgt ein solcher Haushalt, wie viel Flexibilität hat er und wie viel Politik kann man eigentlich damit machen. Und das will ich mit zwei besprechen, die sich sehr intensiv mit diesem Bundeshaushalt in den vergangenen Wochen und Monaten schon beschäftigt haben. Gesine Lötzsch ist bei uns für die Linksfraktion und sie ist Vorsitzende im Haushaltsausschuss. Ihnen guten Morgen und Norbert Bartle ist da, der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Bevor wir zumindest ein paar der Punkte, die ich eben angesprochen habe, auch noch mal vertiefen, hat man, wenn man sich mit solchen Summen beschäftigt, eigentlich eine Vorstellung von 300 Milliarden Euro? Also das klingt erstmal abstrakt, aber für uns ist es natürlich sehr konkret, weil wir ja die einzelnen Haushaltspositionen durchgehen. Wir wissen natürlich, dass für manches Projekt eine Summe von 50.000 Euro zum Überleben wichtig ist. Und wir wissen auch, was man zum Beispiel mit wenigen Millionen machen könnte. Und darum haben wir heute auch als Linke und natürlich die anderen Fraktionen auch Vorschläge. Und da nehme ich gleich mal einen Punkt. Wir beraten heute auch über Gesundheit und da schlagen wir vor, dass wir einen 50-Millionen-Fonds Ebola-Krisenfonds einrichten. Da wird es noch andere Vorschläge geben, was diverse Krisenfonds angeht. Von den Grünen haben wir auch schon gelesen, die wollen gerade, was beispielsweise die Flüchtlingsproblematik angeht, auch ähnlich agieren. Und trotzdem auch noch mal eine Frage an Sie, Herr Bartel, 300 Milliarden Euro. Was für ein Bild haben Sie von einem solchen Betrag? Ach, da haben wir schon ganz konkrete Vorstellungen, weil wir, wie Frau Lötzsch da sagte, tatsächlich bis in die kleinen Beträge hinein, wirklich um kleine Beträge auch streiten, sehr häufig streiten bis ganz am Schluss, wofür wir es ausgeben. Und deshalb wissen wir sehr wohl, was 300 Milliarden sind. Ich erkläre meinen Besuchern immer, was eine Milliarde ist. Das ist ja von normalen Menschen schon unglaublich viel Geld. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, was 300 Milliarden bedeuten. Aber nebenbei bemerkt, die Linke ist ja so frei und beschließt mal kurz in den Beratungen Ausgaben Zuwächse von 54 Milliarden. Also die wissen auch, was eine Milliarde ist. Okay, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, von manchen wird dieser Haushalt als historisch bezeichnet. Andere sprechen von Zukunftsverweigerung, wenn Sie sich das angucken, was da jetzt addiert worden ist. Was ist denn Ihre Charakterisierung dieses Haushalts? Die große Frage ist natürlich, was ist der Preis der schwarzen Null? Und ich glaube, dass Herr Schäuble erkannt hat, dass wir jetzt etwas anderes brauchen, nämlich Investitionen. Allerdings verweigert er diese Investitionen für das Haushaltsjahr 2015. Er hat ja vor einigen Tagen gesagt, er möchte einen 10 Milliarden Investitionsfonds auflegen. Und ich glaube, da trifft er den Kern des Problems. Wir haben in Deutschland einen riesigen Investitionsstau. Wenn wir uns unsere Infrastruktur anschauen, haben wir in den letzten 10 Jahren einen Substanzverlust von 35 Milliarden. Das hat das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung ausgerechnet, nicht ich selber. Und das zeigt natürlich, wir brauchen Investitionen und die schwarze Null sollte keine Obsession sein. Da sieht man, dass für Haushaltspolitiker ein abgeschlossener Haushalt quasi schon altes Papier ist und schon nach vorne gedacht wird. Ihre Charakterisierung will ich trotzdem noch einholen, Herr Bartle. Das sieht die Linke etwas falsch. Denn erstens haben wir in unserem Koalitionsvertrag 23 Milliarden Mehrausgaben beschlossen für die Legislaturperiode. Davon allein 5 Milliarden für die Verkehrsinfrastruktur. Hinzu kommen diese 10 Milliarden von Wolfgang Schäuble ab 2016. Jetzt auch schon 2015 bei den ersten Projekten schon beginnen wird, aber abfinanziert wird er später. Und über das ist klar, dass wir keine Investitionslücke haben in Deutschland. Dass es da und dort Probleme gibt, das ist unbestritten. Aber wir investieren in Zukunft und das schon seit Jahren. Und trotzdem konsolidieren wir den Haushalt. Jetzt neue Schulden zu machen für Zukunftsinvestitionen wäre genau der falsche Weg. Über Jahrzehnte hinweg hat man den Deutschen immer erklärt, wenn es gut gelaufen ist, jetzt muss man in Zukunft investieren. Dann sparen wir künftig. Wenn es schlecht gelaufen ist, hat man gesagt, in der Krise darf man nicht auch noch sparen. Das genau hat zu einem Schuldenberg von 1,3 Billionen Euro geführt. Wir machen damit Schluss. Auf der anderen Seite, Sie kommen auf jeden Fall noch zu Wort versprochen. Ja, ja und zu Recht. Aber ich will zwei Punkte da schnell mal rausgreifen. Auf der einen Seite kann man ja sagen, klar, Konsolidierung ist wichtig. Auf der anderen Seite wird aber auch gesagt, Schuldenabbau ist wichtig. Und Sie könnten jetzt aber aufgrund der Zinslage, die wir haben, die Ihnen natürlich diesen Haushalt auch wesentlich erleichtert hat, weil die Zinsen für die Bundesschuld so niedrig sind wie überhaupt noch nie, die Gelegenheit ja nutzen, trotzdem mehr zu investieren, auch in diesem Haushalt schon und gleichzeitig Schulden abzubauen, weil einfach Schulden oder neues Geld so günstig zu kriegen ist gerade, sagen diverse Wirtschaftsinstitute und Wirtschaftsverwender auch. Der normale Menschenverstand sagt einem, dass Schuldenbekämpfen durch neue Schulden niemals zu guten Ende führt. Das führt immer ins Elend. Wer seine Schulden mit neuen Schulden bekämpfen will, der landet im Elend. Deshalb tun wir das nicht, auch wenn die Zinsen niedrig sind. Und im Übrigen, diese niedrigen Zinsen gelten ja nicht nur in Deutschland. Die gelten über die EZB für ganz Europa. Warum schaffen es wir, warum schaffen es andere nicht, in diesen Zeiten ihre Haushalte zu konsolidieren und dennoch in die Zukunft zu investieren? Das ist das, was wir schaffen und darauf können wir, glaube ich, ein Stück weit stolz sein. Jetzt Sie. Ja, ich bin auch nicht für neue Schulden. Ich bin dafür, dass wir das Geld einnehmen, was uns zusteht. Und wenn wir uns mal die Meldungen der vergangenen Tage anschauen, dann haben wir ja gesehen, dass über Luxemburg und Ex-Premierminister Juncker ist jetzt EU-Präsident. Also man muss schon mal gucken, wem man da welche Aufgabe gegeben hat. Auch dem Staat, der Bundesrepublik Deutschland, Steuern entzogen wurden. Man hat berechnet, dass der Schaden, der für Deutschland eingetreten ist, 30 Milliarden Euro beträgt. Das sind 10 Prozent unseres Bundeshaushaltes. Und wenn ich dieses Geld im Bundeshaushalt hätte, dann könnte ich erstens mehr investieren und zweitens, was wir auch wollen, Schulden abbauen. Ein Vorwurf, was diesen Haushalt betrifft, ist, dass Schulden eigentlich versteckt werden. Man nimmt Geld aus der Rentenversicherung, man entzieht den Krankenkassen Zuschüsse und kommt auf diese Weise auch zu dieser schwarzen Null. Was erwidern Sie auf diesen Vorwurf? Der Vorwurf ist grundfalsch. Erstens haben wir in der Rentenkasse eine Rücklage von rund 33 Milliarden Euro. Weshalb sollten wir hohe Rücklagen stehen lassen, wenn wir nach wie vor noch einen Steuerzuschuss in die Rentenkasse haben von 80 Milliarden pro Jahr. Also kann man aus diesem Steuerzuschuss auch Dinge finanzieren. Was den Gesundheitsfonds anbelangt, wir stocken den Gesundheitsfonds in diesem Jahr um eine Milliarde auf. Also wir greifen nicht in den Gesundheitsfonds hinein, sondern wir stocken den um eine Milliarde auf und haben auch dort milliardenschwere Rücklagen, rund 13 Milliarden Euro am Ende dieses Jahres. Die Krankenkassen haben auch Rücklagen. Also diese mehr, wir würden zu Lasten der sozialen Kassen den Haushalt sanieren, das ist eine falsche Darstellung, die weise ich mit Entschiedenheit zurück. Ist aber ein Vorwurf, der auch aus Ihrem Reihen kommt. Ja, selbstverständlich. Was den Gesundheitsfonds betrifft, da werden über zwei Jahre 6 Milliarden Euro gestrichen. Und dieses Geld wird natürlich auf die Versicherten umgelegt. Und der Punkt ist ja, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen Kassen jetzt alle angekündigt haben, dass sie einen Zusatzbeitrag erheben werden. Das heißt, es ist eine Umverteilung zu Lasten der Menschen. Und dann haben sie natürlich von der schwarzen Null wenig, wenn sie die mit extra Beiträgen bezahlen müssen. Das müssen Sie jetzt doch nochmal erklären. Drei Milliarden gestrichen, sagt Frau Lösch, Sie sagen, eine Milliarde geht rein. Wir haben im vergangenen Jahr 2,5 Milliarden gestrichen, weil wir so hohe Rücklagen hatten. Und wir haben versprochen, den Gesundheitsfonds auf 14 Milliarden aufzustocken. Das machen wir jetzt sukzessive jedes Jahr, wie versprochen. Und davon kommt eine Milliarde bereits dieses Jahr. Die nächste wird nächstes Jahr kommen. Von Kürzungen kann keine Rede sein. Das betrifft auch keine Einschränkung. Das bedeutet keine Einschränkung für die Versicherten. Die Versicherten halten ihre Leistungen. Wenn eine Kasse Zusatzbeiträge erheben muss, dann kommt es daher, dass die Kasse schlecht wirtschaftet. Der Gesundheitsfonds ist gut ausgestattet. Ja, gut. Dann schauen wir auf eine andere Unwägbarkeit, die uns ins Haus steht. Und das ist das Wachstum. Da ist jetzt mittlerweile festgestellt, es ist auf jeden Fall niedriger als erwartet zumindest mal. Sie gehen von bestimmten Einnahmezuwächsen aus, was Steuern und Ähnliches angeht. Aber das Risiko bleibt. Das kann man ja nicht genau vorhersagen, wie es sich weiterentwickelt und ob es wirklich so stabil bleibt. Ja, die Wachstumserwartungen sind natürlich sehr gigantisch gewesen, sehr positiv. Und das ist ja kein Automatismus. Und man muss auch davon ausgehen, dass es Verschlechterung gibt. Und die letzte Steuerschätzung ist ja nicht so super positiv ausgefallen, wie man das geglaubt hätte. Also muss man jetzt die Gelegenheit ergreifen, investieren, um eben einer Rezession entgegenzutreten. Und ich finde, als größte Volkswirtschaft Europas ist das auch unsere Aufgabe, weil wir sonst natürlich auch negative Auswirkungen auf die anderen Länder haben, die ja, wie schon von Herrn Wartel richtig beschrieben, viele Probleme haben. Wie viele Unwägbarkeiten sehen Sie, wenn Sie es mal ganz genau und nüchtern betrachten? Die Bundesregierung hat ja ihre Wachstumserwartungen bereits schon etwas zurückgeschraubt. Wir haben eine etwas gedämpfte Konjunktur, aber wir haben nach wie vor ein gutes, stabiles, gesundes Wachstum. Und da sollte man auch nicht schlechter reden, als es ist. Ich erinnere an unsere Haushaltsberatungen vor der Sommerpause. Da hat uns die Opposition gegeißelt, dass wir die Steuereinnahmen etwas besser angesetzt haben als der Sachverständige. Und die Steuerschätzer eingetreten ist genau das, was wir angesetzt haben. Da hat auch die Opposition geungt, oh, das kommt alles viel schlechter und viel schlimmer und übel, übel. Eingetreten ist das Gegenteil. Wir haben Recht bekommen und die Opposition lag daneben. Die Opposition übt immer sachliche Kritik und geißelt nicht. Aber wir haben ja gesehen, und das ist ja auch gesagt, dass es vorhin Herrn Bartel gerade noch mal bestätigt worden ist, dass das Wirtschaftswachstum eben kein Selbstläufer ist. Und das wissen wir auch aus Erfahrung, dass es immer auf uns abgibt. Und darauf muss man eben vorbereitet sein. Und die Vorbereitung fehlt mir im Augenblick. Gucken wir nochmal auf das, was wir schon mal angesprochen haben, nämlich dieses Investitionspaket, das nicht in diesem Haushalt stattfindet, sondern dann in dem Finanzplan 16 bis 18 vorgesehen ist. Das wären dann knapp drei Milliarden, glaube ich, pro Jahr, wenn ich mich nicht irre. Es ist alles relativ eng jetzt in diesem Haushalt. Wo sollen denn diese zehn Milliarden eigentlich herkommen in den Jahren 16 bis 18? Und die resultieren daraus, dass wir absehbar erwarten können, dass die Zinsen zumindest mittelfristig niedrig bleiben und damit deutlich niedriger, als wir in der mittelfristigen Finanzplanung angesetzt haben. Und das resultiert daraus, dass wir nach wie vor gute Steuereinnahmen haben. Also wenn wir auch in den kommenden Jahren immer noch Wachstumszahlen haben, dann werden wir uns diese Spielräume erschaften, indem wir eben ausgeglichene Haushalte vorlegen. Dann entstehen Spielräume und die kann man nutzen für dieses Zehn-Milliarden-Paket. Wir haben übrigens im Einzelplan 60 bereits schon sieben Milliarden davon etatisiert, allerdings mit einer Sperre versehen. Ja, aber sagen Sie mal konkret, wie es funktioniert, weil das habe ich immer noch nicht verstanden. Also ich habe jetzt verstanden, wo möglicherweise sich was ergibt, aber wo kommt es her? Wird irgendwo gekürzt? Wird irgendwo auf überraschend mittelfrei? Oder wie wollen Sie das machen? Das sind über die Finanzplanung hinausgehende Mehreinnahmen und Minderausgaben für Zinsen. Beides addiert zusammen, ergibt diesen Spielraum. Das ist seriös gerechnet. Rechnen Sie mal zurück, seit 2010 haben wir bis heute, 2014, die Verschuldung um runde 50 Milliarden reduziert. Also sind dann abgerechnet von jetzt, 2015 bis 2018, 2019, 10 Milliarden Mehrausgaben nicht so exorbitant viel, sondern das ist im Rahmen dessen, was man solide erwirtschaften kann und was wir auch erwirtschaften werden. Und so rechnen Sie auch? Also ich finde, wir sollten noch mal zu dem Punkt Steuereinnahmen zurückkommen. Also ich hatte ja das Beispiel Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung, wie man jetzt vornehm sagt, angesprochen über Luxemburg. Aber es gibt noch viele Steuerschlupflöcher, die müssen wir schließen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben immer noch nicht eingelöst die Finanztransaktionssteuer und wir haben eigentlich immer noch ein Steuersystem, was die Großverdiener schont und die Menschen, die quasi die gesamte Gesellschaft tragen, die Mittelschicht, zu stark belastet. Und mehr Steuergerechtigkeit würde auch bedeuten, mehr Einnahmen für den Bundeshaushalt. Und dann haben wir auch mehr Möglichkeiten zu investieren und unser Land sozialer, ökologischer und gerechter zu gestalten. Und mir ist jetzt wieder eingefallen zwischenzeitlich, dass beispielsweise auch Einnahmen vorgesehen sind von 1,3 Milliarden Euro aus einer Brennelementesteuer, wo Sie allerdings auch noch gar nicht wissen, ob Sie sie tatsächlich kriegen. Das wissen wir tatsächlich nicht. Das kommt auf das Urteil des Bundesfinanzgerichtes an. Das kann so und so ausgehen. Das kann sein, wir bekommen über 2 Milliarden zurückbezahlt. Wenn es in unserem Sinne ausgeht, dann haben wir noch mehr Luft für Zukunftsinvestitionen. Wenn es anders ausgeht, dann müssen wir die entsprechenden Beträge erwirtschaften. Aber das werden wir schon schaffen. Und wir stellen fest, es werden gewisse Unwägbarkeiten nichtsdestotrotz bleiben. So seriös Sie auch gerechnet haben mögen, was wir uns alle wünschen. Denn sonst wird es alles noch viel schwieriger, als es teilweise ohnehin schon ist. Frau Lötzsch, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen, Herr Bartle, vielen Dank. Wir werden uns gleich ansehen, wie der Bundesfinanzminister diesen Haushalt einbringt. Beziehungsweise dann auch noch mal hier diskutiert wird. Alles Weitere zum weiteren Tagesablauf, sagt Ihnen jetzt Claudius Krönert.